Okay, dann macht einfach mal mit. Wir fangen dabei ab damit an. Wir achten auf die Beine, damit, dass es quasi so ein Doppelstück ist. Ich gucke jetzt auf meine Beine. Dabei nehmen wir die Hände schön mit. Es muss ein Glamm zwischen sich sein. Guck genau auf meine Beine. Guck genau auf meine Beine. Guck zwischen sich. Dazwischen. Denk auf unsere Arme. Schaut schön die Arme mitnehmen.